Der Herr ist gut und seine Gnade, die hört niemals auf. Sei niemals entmutigt. Niemals. Sei niemals entmutigt. Der Teufel ist ein Lügner. Er hat dir so vieles gesagt. Und genau so ist er auch. Er sagt dir, diesen Angriff wirst du nicht überleben. Und er lügt. Er lügt. Wir preisen den Herrn. Du solltest wissen, Gott ist Gott. Er ist der aus sich selbst existierende Gott. Und du fragst dich wirklich. Keiner kann diese Frage beantworten. Nur Gott selbst. Also warte, bis du ihn treffen wirst. Er wird dir sagen, warum. Aber der Teufel existiert nicht aus sich selbst heraus. Und er ist auch nicht allgegenwärtig. Er kann nicht überall zur gleichen Zeit sein. Aber Gott ist überall zur gleichen Zeit. Und deshalb ist er Gott. Wenn du heute von hier nach Hause gehst, dann ist er schon in deinem Haus. Wenn du fährst, ist er in deinem Auto. Der Teufel hat so eine Macht nicht. Er hat nur viele Dämonen, die für ihn arbeiten. Also lasst euch nicht von ihm einschüchtern. Durch Attacken. Durch das, was du fühlst. Denn wenn du keine Angst vor ihm hast, dann wird er vor dir Angst haben. Er wird vor dir weglaufen. Das ist die Realität. Aber weißt du, weil du nicht Bescheid weißt, kann er dich immer wieder austricksen. Aber er ist der Lügner. Halleluja. Seine Zeit läuft jetzt aus. Und ich freue mich so sehr darüber. Gepriesen ist der Herr. 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 Gepriesen ist der Herr.